Und ich bin einfach wie ein Kind abends ins Bett gegangen und habe gesagt, Bruno, wenn du mich hörst, dann bitte nimm alles, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr tragen. Und in dem Moment, wo ich das abgab, da durchfuhr mich irgendwas, das kann ich heute noch nicht beschreiben, das war eine Kraft, eine Wärme, ein Prickeln von oben bis unten. Und ich wusste, das kann nur von Gott sein, das kann nur das Gute sein.